so ist das denn an die Klinik in die Welt nein weil ich bin der Schöpfung der Schöpfung halbster und egal die Jahre ist er erstellt ich dann noch ein weiterer Schritt er schlägt mich weiter der Klinik er hat mich bei einem Tag ein bisschen wir ziehen den Verloren auch die Liga und Orte Paprika zu hart ich bin auch immer ich bin auch Patrik ich bin auch mehr wenn man jetzt soll ich werde zum Beispiel tun meine Pfeile fehlen gibt es ja Prozent habe keine Pfeile und die Lieblingsherrung ich habe keine Pfeile und 20 ich denke dass sie verraten Patrik reift mich an Patrik ist er anfangs wichtig das hat eine Pfeile der Liga und ich bin bei der Kreativität um aber wie du bist so ein Opfer er hat mich bei Autöten müssen weil du und weil du die ganze die Kürtel ist die Schuld und die Gehe der jetzt gehen wir mal den ganzen Sachen wieder her der 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 Liga mit der GDF aufgesammelt das ist Elko-Mann-Wart und Junge verpflegte ich auch noch in der Welt die Kölner die Töte durch die Hand ist immer klauen sie meine Sachen XP! Halt die Fresse, Mann! Ja, mein halbes Inventarfeld ist mir egal. XP! 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 Ich hab... Ja... Einen Burgen, meine Angel... und noch eine Angel fehlt mir. Ja, fragt Patrick. Nein, ich hab keine Angel, ich mach mir jetzt eine! Mal schnell reingerangen, ja ich tue jetzt so, jetzt hess ich meine Angel machen, das... Halt auf, jetzt hier, hier, zu töten, der Säte! in Köln der Eure Möbel ich habe auf die Hälfte nicht so wichtig ja so wie kommt ein Teil der Köln ab okay Köln nur die Kombination die hat das Wort das Wort wie er b das ist ein paar Prozent aller weiter stimmen angenommen ich habe eine ich habe nur ein angeblich hat in der Koffe nämlich kittet ich dich aber mal er war das Zornlos jetzt wird auf so meine ganzen Sachen sind weg hier er mag mich killen ey Iova sag ihnen was mal Monster lass das Nächstes Mal will ich nur mit Flavit Nick haben oder mit anderen Leuten aber nicht mit denen Halt die Fresse Patrick genau bist einfach eiskalt da durchgelaufen und ich kann dir meine geben wenn du willst aber dann hör auf mich zu kämpfen ja hier hat er liegt die Läger werden ein Bogen also hat er ein Punkt da hatte zwei Bogen zwei Bogen lange da ist nur ein Bogen und die Angelegenheit zwei Bogen zwei Bogen aber keine Scheiße noch ein paar Wiedern abkühlen und und die Erklage hier war oder lässt sich drin und macht einfach pvp aus um ein Gott Junge oder er war ein weiteres Mal mag ich wieder haben die Motivation der Teil der Karte der Karte war aber auch meine Kamau die Oberwelle und er hatte ich hatte 13 Lärme und er kommt hier ab jetzt geht es die Art kommen die Bedeutung an der Welt gibt es wieder er hat sich getötet wird wieder ich kenne ich schwöre halt jetzt auch nicht nur schulde ich kündig ich kündig ich kenne ich bin zufrieden können aufgrund der ganz ehrlich Kieler drüben haben ein kleiner hohen er kann ich mich auch wiederholen da hat er die Welt aufgrund wahlkehren die Welt ich habe einen Schwer nach unten Wollte ihn nur killen, weil er mich genervt hat. Gelb, das letzte Mal war's und fühlt mich in Ruhe. Ich mach deine Sachen in die Kiste. Alter, ich mach deine Sachen in die Kiste oben. Hört jetzt auf. Wie alt seid ihr denn so kinderhaft? Weil er mich killen muss. Jörg sein. Ich bin eigentlich 13. Weil ihr zu doof seid, einfach Joey zu sagen, muss ich ihn jetzt entstommen. Voll unnötig, aber... Oh, nein. Joey, ich hab deine alten Schwerd nur genommen, um dich zu killen, weil du mich genervt hast. Du kannst dich einfach unnötig fragen. Wenn der mich ganz gut killen muss, wenn der mich ganz gut killen muss, wenn der mich ganz gut wegnehmen muss, ja, oh, ich hab deine Angeln nicht. Wenn jetzt ihr mal in der Nähe gewesen wäre, hättest du auch ihr mal gekillt, weil du gedacht hast, dass er hätte deine Angeln? Ja, Joey, nicht. Ja, also vom Kühl zu mich. Du mir fehlt die Hälfte, mein Werkzeug, das bitte gibst du mir wieder. Joey, Joey. Mir fehlt mein Schwert, gib mich das Schwert. Oh, ey, Patrick, gib mein Volk zurück. Ich hab dich weitergehend genommen. Ich hab dich in der Kiste, ich hab dich recht noch ein paar Trick. Ich hab' einen ganzen Stack Holz. Und ich hab' übel viel Ding. Ja, ich hab' doch Holz, ich hab' dir noch wieder, Alter. Ey, du bist ein Wichser, fick' dich doch einfach. Meine Kraftausdrücke. Boah. Oh. Geh weg. Patrick, nee, hast du nicht ganzes Zeug von mir noch drin gehabt, gell? Patrick, du bist so ein Lügen, dann weißt du das. Gib mein, gib mein Schwert wieder um mein, gib mein Schwert. Gib mein Schwert. Gib mein Schwert. Geh dein Schwert. Und du wirst du nicht verholt. Nur wenn Patrick einmal ne Feißen macht, gibt's jetzt класс Krieg, Mann. Ist die kriegst du dann halt einfachraktisch. Sag mein Schwert wieder Eelkoren? Sag mein Schwert wiederum. Sag mein Schwert wiederum. Ich hab mein Schwert wiederum. Sag mein Schwert irgendwie dann. Ich hab mein Schwert wiederum. Sag mein Schwert wiederum. Guck mein Schwert eigentlich wiederum. Kauf denn eigentlich schwer. Vor mir schreckt. Ich hab dich den eigentlichem Schwert wiederum. Was ist das công ty Stage? hier reinlaufen ich finde es so geil dass ich dich dissen als es ist so eblich das mitzuhören ich bin einfach weil er mir ganzen Sachen hat okay aber wenn zumal wieder hierherkommt es tödlich dich oh komm ich komm jetzt Prost hier Alter dann lass es Alter ich hab einfach mein Schwert wieder und mein ganzes Werkzeug fehlt gib mir wieder schick dir mal in den Rhein und hör jetzt mein Werkzeug wieder ich sag du gib mir mein Werkzeug Alter guck ich mach dir gar nichts und ich schläg mich gleich wieder ich mach guck was du mir mein Werkzeug wieder gibst noch mehr hatte ich halt noch ne Axt jetzt noch ne Axt gibst du wieder gib mir meine Axt wieder ja ich hab Diamanten in der Kiste gefunden yes gib mir meine Axt wieder gib mir meine Axt ja guck du hast noch mehr ich hatte noch meinen Bogen und meine Pfeile gibst die wieder ich mach jetzt gleich was du bei mir gemacht hast oh nein ich hab ja keinen Bogen von Patrick oh scheiße gib mir einfach wieder gib mir so einfach warte ich würde verpissen gib mir meinen Bogen und Pfeil wieder gib mir meinen Bogen und meinen Pfeil wieder einfach äh heißt nicht Pfeil und Bogen alle hätten das Spiel verlassen äh ja jetzt kommt nie wieder auf den Schwerber oder wenn er meine Sachen jetzt einfach mitgenommen hat wie alt seid ihr eigentlich alle wirklich also ja ich hab mir meinen Bogen und meinen Pfeil wiedergeben von geistig vier mhm geistig ist fünf mhm ah so halb so halb mhm mhm älko aber solche Farken das wird alles gar nicht passiert mit dem Patrick er hat mit der Scheiße angefangen Halt's Maul Patrick ach mein Holzbein brennt mhm ah ah Dönersauce ist lecker also ah Patrika Arsch Fikermann gibt's in jedem Arsch Fika du kannst eine Hunde sohn äh es Dr. Iker Fischstäbchen ähm Iker 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 mach bitte mal eine eigene Party aus nein egal jetzt es hat einfach meine Sachen hier gehen keine Hunde sohn kann dir halt halt aber krm hopper 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 oh ha 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 C ha Ah, hat sich zu bellen. Fick mal so hättest du wie du. Ich muss dich von seiner Mutter einen runterholen lassen, das kann ich auch nicht so fühlen. Jo, ähm, Jova? Ja, draußen. Äh, was? Wo? Hier, beim anderen Garten, da. Anderer Garten und so? Ja. Ich bin mir leid, der war mir. Ja, krass. Ah, schon gekickt. Ja, klar. Kickst du ihn, man? Ja, weil es gar nicht gerade ist, weil er meine Sachen klaut, Alter. Guck, ich hab' einfach mal gesagt, er soll nicht dein Let's Play mitmachen, aber nein, er muss denn wieder mitmachen. Du, Patrick, wo machst du überhaupt mit? Jetzt frag ich mich. Jo, weil, Jova, ich gebe dir jetzt. Jo, komm mal her, ich will ja was geben. Komm mal her. Ey, kickst du, ja. Kannst du mir auch was geben, Elko davon? Ich hab' nicht mehr, das waren die zwei Karten von mir. Ja, aber dann. Lass uns einfach nicht mehr mitmachen, sonst geht's wirklich nur noch Krieg auf den Zimmer. Ja, und dann, entweder machst du nicht mit oder Patrick, eins von beidem, ne? Äh, entweder machst du nicht mit oder Patrick, eins von beidem, ne? Äh, entweder machst du nicht mit oder Patrick, ey, Entweder ich oder Patrick. Äh, ich wollte dir mal was sagen, dass das nicht gut ist. Ja, lass ihn einfach nicht mehr mitmachen, der regt halt hier auf, wenn er mich gleich wieder killen muss. Ja, und warum? Ja, wenn er meine ganze Zeit zusammengearbeitet hat, meine zwei, drei Pfeile plus einen Bogen plus eine andere Garten. Und warum, und warum hat er dich gekillt? Weil er hätte ich es. Nein. Immer weg, Patrick. Hier, komm mal, nimm mal die Kuma mit. Die soll hier doch nicht rumlaufen. Gib mir mal kurz Weizen. Bad, wo? Ey, lass mal kurz bitte ruhig sein. Ja. Sehr gut. Weißt du, wo das man will? Ich weiß nicht, dass der Gamer-Head-Z hat er ihn gleich aufgespielt. Alter, wer hat meine Schafe freigelassen? Ey, wo sind die eingesperrt gewesen? Hier sind die eingesperrt, hier sollen die rein. Ich kann hier nicht mal ein. Boah, ich war's ja so gleich. Ich hab mal kurz hier ein bisschen Weizen, um zu helfen. Ey, Leute, aber nimm das nicht zu ernst hier, weil der ist einfach nur ein Fenster. Ich hab's nicht gesehen. Komm. Ah. Wenn du weiterhin solche lustigen Zähnen sehen wolltest, dann abonniert. Oh mein Gott. Ist sehr eben, ist das Emo, Alter. Eigentlich wollte ich ja darüber sprechen, über den. Ich hab' vergessen. Ich hab' immer wiedergezogen. Was waren so die Spiele des Jahres? Was sind eure Einschätzungen, die Hits des Jahres waren? Schreibt in die Kommentare, oder was? Nein, sagt ihn, äh, so. Wir reden jetzt darüber, ihr könnt ihr ihnen die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. So, ey, warum fällst du den Baum? Ah ja, was öfter macht es hier? Weil ich Bock drauf hab... Äh, weil ich Bock drauf hab...! Äh, weil ich Bock drauf hab... Hui, weil holst's nöt, nöt... Weil's holst benötigt die... Die lassen wir bitte das Holz hier in den Zäumen, weil da kann man einfach wirklich mit den Dinger und einfach hier so drüber kämpfen mit den Kieren... Laufen paar Merh Southwestern gehen. Gaufen, dann können lin-teint enrollliche ich bin läuft... ...ih- aber immer weg zu verscheuert die er hat nicht nur noch nicht ja ohne Witzmann ich komme ich komme mit Weizmann Patrick auch das ist doch so doof der Junge ey wie episch gerade gell das kleine Babyschaf läuft weg gell und die Eltern laufen hinterher oh nein ja ich musste das Babyschaf jetzt können sorry tut mir leid ja dass ich die Schafe einsperren kann und neues machen kann das Begriff jetzt ach wie ein Freakill hier gerade alter ja ey hat jemand so normale Samen da kann man nämlich wieder mit anlocken nein Patrick ist noch auf der Expo äh auf der PC-Maschung nein ich bin doch noch schon auf der Xbox Entschuldigung so guck mal wir haben jetzt ein zweiten Schweinchen in drei Schweinchen drei Hühnchen bisschen verarschen der lässt mich hier nicht raus oh voll fies geh mal da weiter seitlich geh weiter seitlich geh mal so hey Elko kann man keine Hühner anlocken mit äh jetzt hast du auf der Xbox-Version habe ich immer mit Weizen gemacht oh 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 ich schweinchen ich bin manchmal die die Schafe ähm dieses Dinger ich hatte das noch mehr an ähm ein Viecher gefasst oh mein Gott wir gehen in die Hand schon ein Baby und schwimmen ich bin Eltern pass auf hinter dir läuft ein Zombie hinterher Hühnchen Höhlen wo ich bin ich bin alle rennen hin Alter 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 ich renne ich recht nicht Alter 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 ich renne ich recht nicht Alter Alter auf jeden Fall Alter ich hab Diamanten bei Mirke Schafe brauchen wir doch eigentlich gar nicht oder was wir brauchen eigentlich gar keine Schafe oder doch ja wir haben doch schon genug Betten ja und trotzdem schöner kommt das Haus Alter diese Viecher sind hier kommt man hier in diese Grube Alter Alter Peter Gamma Mord an Alter